Hi ihr Lieben! Kapitel 20 Löwen und Schlangen Freitagabend, das Büro des Zaubertankmeisters Man konnte die aggressive Stimmung schon greifen. Beide hätten sich für diesen Abend etwas deutlich Angenehmeres vorstellen können. Die eine Person dachte an einen gemütlichen Abend in Hogsmeade, mit netten Menschen im Drei-Besen und Butterbier, mit diesen trinkend. Das klang verführerisch und in allem besser als dieser kalte, mutrige Kerker. Doch auch die andere Gestalt hätte sich Besseres vorstellen können. Einen ruhigen Abend mit einer Flasche Feuerwhisky. Vielleicht auch zwei. Doch das sollte wohl nicht sein. Nein, denn Fortuna in Gestalt Erbes Dumbledors hatte zugeschlagen. Hermine beugte den Kopf tief über die Bergamente. Wie immer, wenn sie gezwungen war, die Abende bei Snape zu verbringen, widmete sie sich lieber ihren Hausaufgaben, als auch nur einen Versuch zu machen, mit ihm zu reden. Die Feder in ihrer Hand verharrte einen Moment auf dem Pergament. Diesmal war es kein Aufsatz oder es dergleichen. Es handelte sich um einen Brief. An eine Molly Weasley. Hermine dachte einen Moment nach und strich dann etwas durch. Sie musste ihre Worte besser wählen. Tut mir sehr leid, Mrs. Weasley, aber durch Rons permanente Anfragen, ihm die Hausaufgaben zu machen oder meine zum Abschreiben zu leihen, komme ich zeitlich kaum mehr zur Ruhe. Hermine dachte nach. Es sollte ja nicht nach Pätzen klingen oder nach einer ungehaltenen Anschuldigung, obwohl es im Grunde nichts anderes war. Mrs. Weasley, ich schätze meine Freundschaft zu Ron wirklich sehr. Doch er scheint gegen allen meine Argumente immun zu sein oder sie nicht verstehen zu wollen. Deswegen muss ich mich an sie wenden. Vielleicht können sie zu ihm durchdringen und ihm verständlich machen, dass ich nicht seine persönliche Häxe für das Verfassen von Hausaufgaben und dergleichen bin. Da bei den Prüfungen anstehen, denke ich, dass er endlich selbst lernen sollte. Ich kann die Prüfung nicht für ihn schreiben und will es auch nicht. Aber wenn ich ehrlich sein soll, sehe ich für sein Bestehen hier das Schwarz. Und es wäre doch unlöblich, wenn ein Spross der Familie Weasley nicht bestehen würde. Ja, so dürfte es gehen. Hermine begann zu lächeln. Es durchfluchtete sie eine Art von Steuers, die sie bislang nicht gekannt hatte. Sie hatte sich gegen Ron durchgesetzt und die Barriere überwunden, die sie immer zu seiner Hausaufgaben fehlgemacht hatte. Doch das war mit diesem Brief endgültig vorbei. Snape hatte sich in dessen ganz den Aufsatz seiner Zweitklässler gewidmet. Neben der katastrophalen Rechtschreibung gab es nur noch den kompletten Aufsatz, den er bemangeln konnte. Nicht nur einmal war er nah dran, alles durchzustrecken und troll drunter zu schreiben. Doch immer schaffte er es, sich zur Ruhe zu bewegen und die Korrekturen wieder aufzunehmen. Sein Blick fiel nicht nur einmal auf Hermine, die sich tief über ihre Pergamente gebeugt hatte und deren Nasenspitze beinahe das berührte. Sie wirkte entspannt, beinahe schon zufrieden, während sie mit fliegender Hand das Pergament vor sich mit Worten zu befüllen begann. Ab und an konnte er den Anflug eines Lächelns auf ihrem Lippen sehen. Dann im nächsten Moment sah sie wieder verbissen aus und strich Wörter aus, die dann verschwanden. Seine Wut, die er noch bei ihren Eintreten empfunden hatte, verrauchte Augen blicklich, als er das Schimmern in ihren Augen bemerkte. Zuerst nur ganz leicht und ein wenig verschwommen, doch dann war es, er sich sicher. So lebendig wie diese Augen streiten, hatte er sich noch nie gefühlt. Er beneidete Hermine um diese Fähigkeit und schrieb es ihr der Jugend zu. Guten Abend, Professor, verabschiedete sich Hermine mit unterkühlter Stimme. Sie nahm sich ihre Sachen und machte Anstalten, die Tür zu öffnen. Doch sie war verriegelt. Snape hatte einen kaum durchbaren Bewegung mit der Hand vergeführt, die sie nicht bemerkt hatte, und sie versperrt. Wären Sie vielleicht zu freundlich, die Tür zu öffnen? fragte Hermine, hielt ihn aber immer noch den Rücken zugewandt. Snape legte die Feder nieder. Wenn Sie die Güte hätten, mir zu erklären, was das Theater soll, und ich mit Ihrer Antwort zufrieden bin, dann vielleicht, knurrte er ihr entgegen. Hermine strafte sich. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, fragte sie bissig. Natürlich nicht, hörnte er. Sie sind natürlich immer so schweigsam und unterwürfig. Das halte ich natürlich fast vergessen. Hören Sie auf, Professor. Es ist schon verdammt spät und ich will ins Bett. Mir egal, entgegnet ihr der düstere Kerkerbewohner umgerührt. Morgen ist Wochenende. Sie haben alle Zeit der Welt. Und wenn Sie mit der Sprache nicht bald herausrücken, werden Sie die ganze Nacht hier verbringen. Das ist Erpressung. Mir egal. Aber schalten Sie doch einfach mal hier hinein. Miss know it all. Der Schulleiter wird uns aneinanderketten, was ich noch für viel schlimmer halte. Denken Sie dran, ich lege nicht den geringsten Wert auf Ihre Gesellschaft. Weder nachts, wenn ich schlafe, noch zu irgendeiner anderen Tageszeit. Also bequemen Sie sich endlich und fangen Sie an zu reden. Sir, bei einem Respekt. Ach, vergessen Sie es. Ich sehe keine Veranlassung dazu, mit Ihnen zu reden. Sie sind ein selbstverliebter, besserwissischer Sadist, dem es egal ist, was aus Ihnen wird und wer Ihnen Hilfe anbietet. Ich habe Sie Ihnen einmal angeboten und Sie haben abgelehnt. Und da ich nun mal keinerlei Station bin, suchen Sie sich gefälligst jemand anderes, der gewählt ist, Ihnen zu helfen. Denn mit Verlaub, Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Miss Granger, zügeln Sie Ihre Zunge, schnaubte Snape nun. Solch ein aufmüpfiges Verhalten war er von der Gryffindor nicht gewohnt. Dennoch imponierte es ihm, was er zu verbergen wusste. Sir, mehr als eine Strafarbeit und ein paar Punkte können Sie mir nicht aufbrauchen. Und das ist so. Ich hatte schon lange keine Angst mehr von Ihnen. Hermine drehte sich bei diesen Worten um und sah ihm fest in die Augen. Als Snape sich langsam erhob, auf sie zukam, konnte sie einen herben Geruch von Kräutern wahrnehmen, der ihn stets umgeben schien. Er hatte ein Augenbrau, so viel Sand hochgezogen, fixierte sie. Ich mache Ihnen keine Angst, sagen Sie, begann er mit dunkler Stimme. Hermine hielt seinen Bohrn im Blick stand. Wenn das so ist, Miss Granger, setzte Snape seinen Monolog fort, dann fürchte ich sich hier natürlich auch nicht vor. Hermine wollte gerade fragen, was er meinte mit hiermit, als sie seine Hand auf sich zuschnellen sah. Sie zuckte zusammen, erwartete den harten Griff, der ihren Kopf in den Nacken reißen würde. Doch seine Hand griff ungewohnt sanft in ihre Haarmähne und zog ihren Kopf genüsslich zurück. Hermine riss die Augen auf. Sie konnte spüren, wie sich ihr Puls beschleunigt und ihr Herd gegen die Brust kämpfte. Angst, Miss Granger, schnarrte Snape seine seidige Stimme an ihr Ohr. Sein heißer Atem wandte an ihm entlang und sie zuckte unglücklich zusammen. Die Berührung ließ sie ihr beben, auch wenn es nur ein Hauch war. Aber es war intimer und anregender als alles, was sie je mit einem Jungen erlebt hatte. Hermine schluckte hart. Das blieb Snape natürlich nicht verborgen und er platzierte seine Lippen auf ihrem warmen Hals. Hermine hielt die Luft an. Snape begann sich seinen Weg hinten abzuküssen und befreite ihr erschultert von dem dünnen Stoff ihrer Bluse. Professor, schnappte Hermine und machte eine halbe Drehung, um sich seiner Reichweite zu entziehen. Doch dieser hielt sie eisern fest. Er löste lediglich seine Lippen und presste sie auf die ihre. Hermine spürte, wie ihre Beine unter ihr nachgaben. Sie drohte wegzuknicken, doch Snape hielt sie fest. Seine Zunge erkundete ein zweites Mal in wenigen Tagen ihren Mund, schmeckte ihre Süße und verzehrte sich nach ihr. Ihm war bewusst, was er tat mit jeder Faser seines Körpers und er reagierte mehr als eindeutig auf diese Frau. Er bot sich ihr entgegen, versuchte sie an sich zu pressen, um mehr von ihr zu spüren. Doch sein Verstand schaltete sie sich wieder ein. Er rief ihn zu, wieder zur Vernunft zu kommen und zwang ihn dazu, den willkommenen Kuss zu unterbrechen. Schwer atmend sah Hermine an. Sie starrte ebenso überrascht und nicht minder verwirrt zurück. Nun verschwinden sie endlich, schnauzte Snape mit brückiger Stimme und trieb Hermine so aus seinem Büro. Jo. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Tschüssi.